Herzlich Willkommen liebe Schniedelwürste, wir sind hier mit Corrupted unterwegs und machen geilen Scheiß. Hallo! Ich bin Corrupted, ich bin nervös. Ich hab noch nix. Let's play. Scheißen Sachen! Ich weiß nicht. Ich dachte das ist ja Minecraft hier. Okay, ähm, ich... hier ist was... Oh, ich hab's aufgesammelt. Eine Gravity Gun. Okay. Oh, shit. Okay. Ich hab Grover. Nimm den Anzug! Wo bist du hin? Oh mein Gott! Okay, wir spielen eine Dream-and-Horror-Map. Die soll sehr gruselig sein. Weniger Jumpscares und mehr Atmosphäre als letztes Mal. Guck mal hier, ich kann Sachen aufheben und wegkicken. Guck mal, ich kann Sachen kaputt schlagen. Oh, was wirst du denn? Oh, guck mal hier. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Nein, 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 nein! Wahrscheinlich killen wir uns gleich gegenseitig. Okay, okay. Ähm, ja. Ja, Tür. Flashlight ist aus, haben wir alles ausgemacht? Ja, okay. Warte, wie siehst du eigentlich aus? Dreh ich mal um. Oh, du bist der geile Priester. Und du bist der geile Brillenmann. Oh, ich sehe immer die gleichen. Oh, das finde ich geil. So. Okay, okay. Geh weg, geh weg, geh weg. Aber nicht, ob ich schießen. Vielleicht sterbe ich dann. Vorsicht. Guck mal hier, wir brauchen einen Schlüssel. Ecki. Kann ich das hier aufmachen? Ecki, oh! Kann ich das hier aufschlagen hier? Bestimmt, bestimmt. Oh, das ist extra drauf. Ich weiß nicht, ob ich das Ding trauen kann. Okay, der ist okay, Killer. Oh, fuck. Das geht nicht auf. Okay, dann traue ich dir. Jetzt habe ich extra das... Exit. Ich habe extra aufgeschlagen und jetzt geht das nicht auf. Dann los. Das ist Magie. Ich gehe mal hier durch die Tür. Oh, okay. Fragst du mir? Ich habe Angst. Ja. Also hier gibt es keine Jump-Scares hast du gesagt oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Es soll ja mehr spherisch sein. Oh, ich lasse ihn mal stehen. Ich habe Angst. Oh, was passiert hier? Mann, wir haben gar keinen tollen Vorleser wie letztes Mal. Mann! Mann, er lebt. Ja. Ja. Was ist das? Was ist das? Oh, ich habe Angst. Oh, ich habe Angst. Oh, ich habe Angst. Und hier ist der Lantern. Das Lantern wird der einzige Art von der meisten der Spiel. Jemand! 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 Hier müssenlarda und ich dich gummieren und Nueve Ells geschehen. Das ist alles. Kommt! Du, du! Du bist der. Du bist der. Ich glaube, du musst es richtig nehmen. Also, richtig mit E, oder? Ne? Ich kann das. Mit E kann man es nicht anschalten? Habe ich dir aus der Hand genommen? Vorsicht! Unser einziger ist dieses Ding auf. Okay, alle dressed ist kurz. So, Hoje ist das nicht. Pull die. Shut Mann, Shut ut... Oh, fuck. Irgendwie leuchtet das bei mir nicht. Oh, jetzt! Okay, fuck. Ich glaube, wir brauchen es doch nicht. Ich schmeiß es weg. Ich nehme es mal in die Hand, richtig. Ja. Das ist ja cool. Das hat was, oder? Jetzt backe ich die ganze Zeit rum, weil ich es in der Hand habe. Du sagst nur, was hinter mir ist, oder? Ja, ich sag, wenn... Ja, damit geht es doch bestimmt besser, oder? Ja, ein bisschen. Stimmt schon. Oh, sonst steinig doch schon. Okay, aber irgendwie... Oh, okay. Haha, da war nichts drin. Warte, kann man hier irgendwas nehmen? Da ist ein Schlüssel, an der Wand, hinten. Oh, ja, 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 ich nehme. Okay, ich bin die Lichtquelle, du bist der Kämpfer. Okay, okay, ich duck mich aber mal, weil der Kämpfer duckt sich hier gerne. Ich höre die ganze Geräusche von der Gravity Gun, das ist sehr sexuell. Stimmt. Okay, achte mal gucken. Oh, fuck. Okay, soll ich vorgehen? Ja, ich glaube, du musst... Wenn dich was angreift, schlag ich's tot. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, ist gerade was von oben runtergefallen. Okay, hier ist das Ende. Ich glaube, hier ist nur die Treppe. Ey, das ist aber... Ich finde das geil mit der Lampe. Das ist gut gemacht, ne? Das ist sexy, ey. Schlag mal kaputt hier. Vielleicht ist was drin. Brötchen oder so. Fuck, fuck, fuck. Chill mal. Okay, okay, okay. Wir können das schaffen. Wir können das machen. Ich will es. Oh, 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 oh. Okay, also noch mehr Kisten. Okay, keine Völknen. Wenn irgendwas drin ist, dann viel Spaß. Ja, weißt, da kommen dann so Headcraps raus. Oh, steht da? I'm so happy. Das ist irgendwie schon ein bisschen creepy. Super. Ich glaube, es steht einem 50 happy. Das soll's heißen. Ja, das glaube ich auch. Also, er ist nur zu 50% happy. Ach, Mann. Schade. Oh, Blut. Hi. Geh dir vor. Oh, shit. Okay, der Raum ist... Ich seh ganz hinten irgendwas. Oh, ja. Oh, ja. Kettensägen-Dildo. Oh, Kettensägen-Dildo. Wirst du das? Ja, ja, ja. Lass mal die Lautstärke ganz, ganz hoch machen. Moment. Oh, Gott. Game Volume. So. Oh, das ist creepy. Okay. Jetzt ist das Brummeln vor lauter. Oh, okay. Okay, okay. Oh, da. Oh. Oh, leck mich ja mal. Ach, du. Scheiße. Alter. Das war wohl lächerlich. Ich dachte, es wär... Oh. Oh. Was haben wir denn hier? Glaubst du die Dinger explodieren? Oh, fuck. Okay. Es sind genauso viele Lichtquellen. Ach, ne. Sonst gar nicht. Das Bild eigentlich... Oh, was ist hier... Oh. Oh, ne. Da links. Was? Was war da? Ich glaube, da kam gerade irgendwas. Da war irgendwas. Okay. Nicht, nicht, nicht. Geh. Ja, der fährt jetzt Sack. Was? Ich auch. Da! Was? 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 Da ist schon wieder was erschienen da am Fenster. Guck mal genau aufs Fenster. Guck mal in der Leckerzeit aufs Fenster. Da kommt manchmal was. Oh Gott. Ich glaube da draußen ist jemand. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Was steht da? Ear Protection. Okay, egal. Machst du die Tür auf? Ja. Oh nein, aber wir haben keine Ear Protection. Egal. Okay, dann lass ich die Bau aufhören, oder? Ich hab ein bisschen Angst. Ja, ich will nicht mehr. Oh Gott, Leute, Scheiße! Was war das? Alter, da war irgendein Krüppel vor uns. Das ist ein komischer Vogelvieh. Das war bestimmt ein Vogel. Was ist das? Eine Tomaten. Guck mal, zwei Tomaten. Und eine Banane. Das ist immer nicht rot. Eine rote Banane. Vielleicht hat ein Mädchen ihre Periode ein bisschen Spaß damit. Ja, das kann natürlich sein. Also hier geht's zum Storage und hier drüben geht's zur Banane. Zur Banane. Geh dir vor, geh dir vor. Mal, mach die Tür auf. Ich hab zu tun. Ah, guck mal, hier ist ein Licht. Ein Licht? Drück mal aufs Licht. Ich mag Lichter. Oh. Ah, wir haben gesaved. Oh Gott. Oh, ich glaub, das zieht sie jetzt bis hier. Hast du auch gesaved? Lass mal kurz das Ding fallen. Ich glaub, du musst die auf jeden Fall mit eh safen. Okay, warte. Oder irgendwie. Ich glaub, wir haben beide gesaved. Okay. 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 Langsam. Vorwärts. Oh, Vorsicht! Da links über dir kam so ein Ding raus. Guck mal hier. Oh, shit. Okay. Okay. Krass. Machst du Storage auf? Ja, ich mach's auf. Ist offen. Warum, warum ich das scheißlich? Oh Gott, das ist fucking creepy. Das ist eklig. Das sieht aus wie ein Kind. Warte mal. Warte mal. Wir müssen näher ran. Wir schwimmen ins Funt in der Bild. Ah, stimmt. Stimmt. Ja, stimmt. Okay. Hörst du das auch? Ja, was fand das grad eben? Ich mach mal die Tür zu. Ja, mach lieber hinter uns zu. Oh! Ah, ich hab... Das war ich. Okay. Was ist denn das da vorne? Das ist ein Eimer? Ah. Das ist der beschissene Farbeimer. Der letzte Mal nicht gefunden habe. Ja, das war richtig... Der verfolgt uns. Warte, ich mach hier kaputt. Warte, ich mach die... Okay. Oh, oh. Der verfolgt uns irgendwas oder so. Das ist echt creepy. Hu! Ach du Scheiße. Vorsicht. Oh Gott. Ja, ist aber auch schon spät. Ihr müsst wissen... Nein! Nein, Mann. Nein, 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 nein! Oh, fuck. Alter! Ach du Scheiße! Ich hab grad echt ein bisschen Schiss im Together. Ey, die... Ey, die Atmosphäre ist pervers. Das ist mega gut. Okay. Ich hab... Ich hab auch ein bisschen... Ich guck hinter dich. Okay, ich guck... Ich guck vor uns. Ich seh aber nichts. Oh, Mann. Wir laufen nach außen. Einfach außen lang. Ey, das ist ja echt richtig krank. Geht's hoch? Was? Was hat er gesagt? Hinter uns irgendwas. Ach nee. Komm, fuck mir. Warte! Oh. Okay, warte. Die Dinger poppen immer so aus dem Dunkeln raus. Und dann schreck ich mich. Oh. Oh. Ey, ich glaub, hinter uns ist irgendwas. Ich seh die ganze Zeit schon was leuchten doch. Ja, ich auch. Wir kommen... Wir kommen da wahrscheinlich eh gleich... Oh Gott. Danger Explosive. Okay, ist da noch irgendwas anderes? Genau, guck... Genau, wir laufen hier nochmal hier rüber. Alter, ich guck da nicht rein. Du guckst da rein. Ich guck rein, okay. Ah! Ah! Das ist... Blut... Blutscheiß. Oh, Alter, das kann man das Licht weggeschlagen. Ich dachte schon. Ich? Oh, fuck. Guck mal, hier ist doch... Ist hier noch irgendwas? Da noch ne Kiste? Okay, hast du alles kaputt gemacht sonst? Ja, das war's, das war's. Wir können gehen. Okay, weiter. Krass. Was steht da? No smoking. Okay. Okay, werden wir nicht machen. Ja, okay. Kann ich das kaputt machen hier? Nee. Weißt du? Was ist das da vorne für... Oh, fuck. Ich weiß es nicht. Ich geh da hin. Und ich... Ich glaub, du musst draufschlagen oder so. Ich hab's mitgenommen. Was machst du damit? Ja. Können wir drauf? Ah, vielleicht da... Vielleicht da, wo grad eben... Wo es grad eben so rot war. Diese... Die Wand. Ah, du bist ein schlauer Junge, Mensch. Guck mal. Manchmal bin ich echt. Manchmal denke ich nach. Manchmal... Da killt der Killer die Rätsel. Ah, da gibt's natürlich echt schon. Okay, ich trau dem Weg jetzt nicht mehr, weil wir es eingesammelt haben. Okay. 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 Hier, hier, hier. Probier's mal irgendwie. Ha. E oder so. Hast du vielleicht als Waffe bekommen das Ding? Ach so. Fürs... Ne, ne. Hast du... Hast du vielleicht... Wahrscheinlich... Ich mein vorhin, dieser Schlüssel, den hatte ich ja auch nicht wirklich dabei. Das war einfach nur ein Event, das gestartet wurde. Ah. Ach so, ich weiß was du meinst. Hm. Dann ist vielleicht jetzt... Also ich hab's auf jeden Fall nicht dabei. Ich probier's jetzt, ob ich was machen kann. Ich nehm mal kurz das Licht. Und lauf weg. Hehehehe. Hehehehe. Okay, ich kann hier aber auch nix... Warte mal, ich kann hier dagegen schießen? Das könnte ja sein, ne? Wow. Hehehe. Aber lass gleich... Lass mal mal kurz da hinten gucken. Ob wir das hochschießen können. Man stuckt ja echt eklig mit dem Teil. Ja, du brauchst das... Du brauchst die Gravity Gun. Okay. Ich glaube ein bisschen drauf springen, hab ich jetzt mit so'n Gefühl. Gib mir das Teil. Achtung, warte, ich lass das... Ich schmeiß es weg. Oh. Ich komm zu dir. Ich bin oben drauf. Hier kann man aber... Ich glaub nicht weiter, ne? Nee. Woah, Alter. Woah. Ach guck mal. Alter, ne vielleicht, vielleicht aber doch... Das geht, das geht. Alter. Was? Hast du gehört? Gott, weißt du, unter uns kommen jetzt so kleine weidende Babys mit blutenden Augen. Oh nein, bitte. Gebt den Entwicklern keine Ideen. Schack mal alles kaputt, vielleicht irgendwas drin. Okay. Aber ich brauch noch ein bisschen Licht irgendwie. Ach hier, hier, gerne. Bitte schön. Ach so, ja. Genau, genau. Perfekt. Da noch ein bisschen. Da oben. Hier, hier ist vielleicht hier was drin. Das ist ein bisschen kleiner. Schade, was ist hier da... Vielleicht müssen wir einfach zurücklaufen zu... Zu der anderen... Zu der anderen Tür. Ach, zu den schönen Gesicht da von dem Baby. Ja, komm, komm. Ich will zu dem Baby. Ein bisschen hier um. Weil es ist schon sehr dunkel. Vielleicht haben wir nicht alles gesehen. Ach, weißt du was? Da, wo du ganz am Anfang gemeint hast, ah, was ist da links? Und da war es nur so eine Steinwand. Die Steinwand war schon prädestiniert zum Zerspringen. Ja, das könnte so sein. Aber die war ja ganz am Anfang. Aber jetzt sind wir auch so schnell. Wir haben jetzt auch keine Angst mehr. Ah! Oh Gott! Wir haben jetzt auch keine Angst mehr. Wupp! Scheiße! Scheiße! Oh, ich dachte hier kommt sowas nicht. Okay, jetzt hab ich noch mehr Angst. Ja, vor allem. Das sind nicht diese üblichen Jumpscare-Dinger. Das sind... Also ich meine nicht die... Das war ohne Sound. Das ist doch creepy irgendwie. Ja. Das ist einfach... Es ploppt. Das ist so... Ach, das ist ganz merkwürdig. Guck mal, guck mal hier. Schöne Baby. Ach, hier hab ich ja zugemacht vorhin. Okay. Guck mal kurz. Hier. Ja, ja. Oh mein Gott, fuck, Alter. Vielleicht... Also ich... Weißt du, was mir ein bisschen Angst macht? Dass wir sterben können. Und wir speichern. Ja. Ja, das macht mir auch Angst. Das find ich krass. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Aber hier müssen wir auf jeden Fall langen. Die Treppe, ne? Wow! Alter, was war das? What the fuck? Wo kommen die Dinger her? Oh Gott, ich scheiß mich ein. Krass. Das ist schon verdammt creepy. Okay, wir laufen weiter in die Richtung. Oh, ich glitch die ganze Zeit mein Ding hier rein. Okay, warte, warte. Oh Mann. Hier, rechts erstmal. Da hinten ist was drin. Ich seh's. Echt? Hier? Hier drinnen? Ah ne, das fanden irgendwelche Sachen hier auf dem Boden. Okay. Oh, das fucking Bildschirm wieder. Hier ist diese Hackfresse. Komm, da kommt die Typ wieder. Hi. Hi. Ha, Skilly. Hey, mein Name ist Hackfresse. Ich bin der Kurate. Okay, 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 okay. Cool beim. Cool beim, wir schaffen das. Oh, hier ist aber ganz blöd gebaut. Aha. Also hier müssen bestimmt... Du alter Swagger, du. Ich hab richtig JOLO JOLO. Okay. Hier ist aber sonst nix, glaub ich. Ach, guck mal, hier ist sogar Licht. Ach, das ist ja lame, ey. Komm. Ich werd mit dir ein bisschen da hinten jetzt durchsprengen. Meinst du das? Oh, da kommt jetzt bestimmt irgendein... Irgendwas. Warte, die Tür war eben zu. Die war hund... Oder? Ich glaub, die war dann später offen. Ach so. War die hier schon offen? Ja, ja, aber da hinten ist jetzt dieser Stein. Da, da. Ah, ja okay, prima. Ist es vielleicht... Einmal rein. Das ist ja... 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 Das war ich. Ach so. Ich pulle einfach nochmal, vielleicht geht das Licht wieder an. Pulle, pulle hart. Pulle den Pullermann. Ich pulle... Ich pulle mal ordentlich hart dahin. Verstehe ich aber nicht, du. Ja, ich... Ich auch nicht, hey. Ja, ja ja, ja. Hier sind wir. Wir haben eine sehr offensichtliche Tür nicht gesehen. Wahrscheinlich habt ihr ihn schon angeschrien! EINDE TÜR!! Ja. Jetzt darfst du hier gernbe Ziel vorgehen. Oh Gott! Tee Clean... Sag Heil für Olaf! Ja, haap, Olaf. Heil für geht's dir? Sag mal E! Sag Hi! Mit E! Hi! Schlag him! Hi Olaf! Sag mal Полi in Russland. Gibt's spricht! So eine Flachf obligation. Vodgha! Vodgha G αναических Guck mal, er hat Pickel. Oh Gott, oh Gott! Hier, ich hin kurz fest Hoffentlich ist es nicht so eine Bombe wie ein CS, das wäre ja doof Das wäre krass Ja, Antio ist ein Gewinn! Sicherlich! Bombe ist mir defused, fuck Olaf, du Drecksack! Oh, deeper Oh mein Gott, das ist was sie sagte Hehehehe Okay Okay, die Musik macht's jetzt irgendwie ein bisschen... Oh, leck mich am Arsch, da geh ich nicht rein! Glaubst du denn ein bisschen danach? Ich lass mal hier rein, ich lass mal hier rein Okay, okay, bitte Ach, leck mich noch! Alter, ist es zu? Kommst du überhaupt durch mit deiner Lampe? Ja Ja Durch Schitter, you weren't supposed to find this place, so scheiße Oh Gott Oh, well made, well made Komm Ene mene miste, es rappelt in der Kiste Ene mene meck und du bist weg Komm ich wieder Jetzt geh Du hast das Licht, ich folge dir Du bist der Lichtige, der Geistige Ach, scheiße Oh fuck Auf einmal ist es russisch und so, scheiße Und wieder, was? Wieder Last known photographed, Victim left, was fanden Mutilated On the floor Oh Gott Wie ist das Ding dahinter? Das ist ET Ach, du scheiße ET ist hier dabei Und ich glaube er will nicht nur nach Hause telefonieren hier Ok, hier liegt irgendwas, ein Koffer Ja, I gonna get this briefcase Oh Nimm einfach mal mit, ich weiß nicht Nee, kein Es war nur Oh, da links ist ne Tür Oh! 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 Hey! Hey! Schlag dir echt vor dem nicht Okay, what the... Du bleibst neben dem stehen Du bleibst neben dem stehen Ich geh jetzt mal weg Ui! Geh mal in die Richtung! Hier kommt bestimmt kein Zombie! Guck mal, guck mal hier, was ist da los? Ähm, Alter. Oh, oh, das könnte nachher mal aussehen. Ich hab extrem beschissene Erfahrungen mit solchen Dingern in Half-Life Mods. Nightmare aus 2. Ja? Na, guck dir mal die Bilder an, Alter! Holy fucking hell. Hat der da auch ein Loch? Alter. Guck mal, er hat da noch ein Loch. Also noch Löcher! Jetzt mach ein paar Augen. Ja, warte ich nicht, Alter. Guck mal, ey, das ist wie nur... Krieg mal so verstörende Bilder her, Mann. Ich weiß nicht, aber guck mal, jetzt ist er irgendwie glücklich, oder? Was haben wir denn hier drüben? Subjects Derek, Sean, two unknowns are going to be found. Alter, das ist... Das Ding in der Mitte ist fucking creepy irgendwie. Das macht richtig Stimmung hier, die Scheiße. Guck mal, was ist das? Alter, was ist mit dem Baum los? Oh, 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 ich glitsch! Oh, ich bin auf dem Zombie draufgestanden. Oh! Was ist das? Okay, was ist das? Oh, oh, scheiße. Buster is coming! Was ist das? Oh, leg mich am Arsch. So the claim that the painting had been tormenting him. Ey, fick die verfickte Kacke. Das ist sehr verstörend. Und vor allem... Ja, hier ist noch eins, guck mal, hier vorne hier. E.T. Oh, oh, ich bin sehr schreckhaft gerade. Okay, 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 okay. Alter, ich hab... Also, du hast da... Da hinten ist dieser... Da war der eine Eingang, wo wir rein müssen. Und ich hab... Das Bild hier ist echt... Das ist widerlich. Also, das ist... Aber hier links war auch noch eine Tür. Was ist denn das hier? Oh, fuck! Oh, hallöchen. Na du, wie geht's dir? Alles klar, Mädchen. Hier ist aber noch eine Tür, ne? Echt, wo? Ja, hier, hier drehen. Da hast du denn kommen, oder? Ach, nee. Kannst du rein? Ach, ist zu. Okay, Lüftungsschacht. Das heißt, wir müssen Lüftungsschacht rein. Ach, ich will nicht. Ach, du Kacke. Okay, ich... Ich geh vor. Ich geh vor. Bist du sicher? Ah, ja, ja. Geht das mit der Lampe? Oh, fuck! Fuck! Oh! Ich scham die ganze Zeit neben mir. Wie willst du mich... Ah, jetzt. Hä? Wo bin ich? Achso, hier. Kannst du mal kurz abnehmen? Äh, warte. Okay. Oh Gott, ich hab dir das hinter mir was ist. Okay, jetzt siehst du ein bisschen was. Oh, fuck! Was war das? Da ist irgendwas auf mich zugekommen, Alter. Irgendwas kleines. Ich konnte es nicht erkennen, aber es hat mich voll erschreckt. Oh Gott. Jetzt muss ich in deiner Aufnahme sehen. Oh mein Gott. Es war irgendetwas kleines, rotes. Ein Kopf, oder... Oh mein Gott. Wo ist das? In der Küche oder so, glaub ich. Nee, doch. Hier ist irgendeine Maschine und da ist Blut drumherum. Ich will nicht wissen, was das ist. Oh, fuck! Hinter mir, okay. Oh! Ah, cool! Hier ist nix... Oh! Alter, ich hab dich grad endlich kaputt machen sollen. Hat das... Hast du aufgemacht? Oh, fuck! Okay, wollen wir irgendwas finden? Hast du alles kaputt gemacht? Oh nein! Ah, da ist noch ne Tür. Hm... Also wenn die Tür jetzt zu ist... Oh! Okay! Du gehst vor... Ich hab dich auch noch auf. Warte, Achtung! Alright, alright! Oh wie hell, was ist das? Alter, was ist denn da auf dem Tisch? Ich hör was. Ich hör was. Irgendwas atmen durch. Fuck. Kannst du irgendwas machen mit dem Ding? Nee, ich würd gern so ein Stück Curry hier probieren, aber... Ach, Mann! Leck mich! Ach, Mann! Leck mich! Okay, ich mach hier auf die Tür. Oh! Alter, Alter! Mein Licht ist raus! Komm zu mir! Komm zu mir! Please! Fuck, Alter! Alter, fuck ich die Tür vielleicht jetzt auf? Nee? Oh! 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 Okay, okay, okay! Cool bleiben! Ähm... Wir... Wir gucken mal auf den Tisch. Oh! Oh! Puh! Ich will immer noch atmen. Okay, okay. Ich will... Ich will hier nicht lang. Ey, wir haben schon lang keinen Speicherpunkt mehr gehabt. Die sterben. Kannst du irgendwas... Kannst du Dinger hier bewegen? Irgendwas? Wir brauchen was. Ey, fuck! Fuck! Du... Wurst! Ich kack Wurst auf die... Ich kann wieder hochjumpen trotzdem. Komm, jump auf meinen Kopf. Okay. Herrgott. Hä? Was ist das? Kannst du auf die Lampe... Kannst du auf die Lampe gehen, dann die Lampe hochziehen? Das wären solche Hacks jetzt. Ah, hab sie. Okay. Okay, nice, nice, nice. Also die Lampe, die war zum Glück... Also Trampolin-mäßig läuft. Trampolin-mäßig. Wir haben jetzt wirklich, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, um diesen Scheiß Weg hier hochzukommen. Und da würde ich nicht lang gehen. Das war fucking creepy. Da war hinter dir. Woher nicht lang? Guck dir mal das Blut da an. Ach du Scheiße. Ich habe schon sehr Angst gehabt. Ich glaube, da müssen wir lang. Aber glaubst du? Kannst gerne mal hingehen. Kannst gerne mal hingehen. Oh, das war's. Hier ist es leer. Alter, wie du weggehst. Hilfe. Okay. Willst du rückwärts laufen? Okay, hier brauchen wir gleich deine Crowbar, um die Männchen hier aufzuschlagen. Hoffentlich komme ich an dir vorbei. Warte. Ja. Okay. Wo ist das Licht? Ich hab's, ich hab's. Das ist viel zu glücklich hier. Ich roll mich auf Scheiß nicht. Speichern? Okay. Ja. Wir sparen hier. Oh, oh, oh. Nicht, nicht das Bett. Oh. Fuck. Okay, okay. Kann man irgendwas? Das kann ich durchblitchen. Okay, das ist wieder. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Was ist denn das schon wieder für ein Bild? Leck mich, ey. Ach du Scheiße, Alter. Wo kriegen unsere verstörende Bilder her? Ich weiß es nicht. Äh. Youpon. Was haben wir hier? Okay, hier kann man nochmal rein. Hier. Mal gucken was drin ist. Okay. Soll ich reinspringen? Ja, wir müssen durchs Fernsehen, die Tür ist. Da ist was zum Lesen vielleicht. Tut man auf. Ich, ich, äh. Oh. Plastik. Der, der Schrank neben dir. Hätt gewackelt. Fick dich Schrank. Warte, warte, warte. Dankeschön. Okay. Krass, ey. Aber ich hab auch wieder Atmen hier. Ich auch. Überall. Hier, Plastik. Hier viel wahrscheinlich. Ja. Oh mein. Alter. Komm, wir spielen lieber Barbie. Ach du Scheiße. Was ist das? Guck mal, was ist das für ein Gesicht? Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Dankeschön. Jetzt ist es schön. Oh, ich will hier nicht lang. Ist das da hinten der gleiche Weg, warte? Oh mein. Ja. Oh Gott. Alle diese Bilder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das kann ich mir nicht angucken. Nein, was ist das? Das ist so fucking verstörend, Alter. Aber das kommt mir sogar bekannt vor, das Bild. Echt? Ja. Guck mal, schon ist es schön. Was hat der auf der Zunge? Ich finde das extrem verstörend. Das ist ekelig. Ekelig. Hier hinten ist nix. Okay. Mich hat es gerade geschüttelt. Hier ist ein Knopf. Ich hab einen Knopf gefunden. Hier bei diesem wunderschönen Bild. Alter, ich hasse das Bild. Ich hasse das Bild. Okay, drückt auf. Okay, Achtung. Okay. Now find the way out. Hier, hier. Was ist das? Äh, wo? Nein. Widerlich. Was ist hier los? Hier. Och du scheiße. Das sieht nach nem guten Way out aus hier. Guck mal, da hinten ist schon wieder diese Hackfresse. Okay. Okay. Komms gern. Ja, 100 pro j- also jetzt kommt irgendwas. Ich bin schon mal gedummt. Ich hab auch geschwisch. Ich bin nicht. Ich spring auf dich drauf. Bitte man. Alter. Alter, wenn was hinter uns kommt. Oh Gott. Ich schrei. Oh, schreie. Schieß mal das Licht und mach ganz weit vorne. Oh fuck. Oh ne. Das war eklig. Yolo. Okay. Öh. Nein. 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 Nein, nein. Nein, das mach ich nicht. Nein, nein, nein. Ich bleib hier. Oh fuck. Aaaaaah. Oh Gott ey. Das war ekelig jetzt. Ich dachte jetzt das hinten. Oh. Speicher Punkt. Huhu. Huhu. Okay. Warum? Weil eben Speicherpunkt wir gar nicht sterben konnten. Ich glaub wir haben irgendwie sauglück gehabt und irgendwas sind wie aus dem Weg gegangen. Es ist echt krass wirklich. Was ist da links für nen Spalt? Da in der Wand? Ah. Ah fuck it. Ich guck jetzt, hier geht's nicht weiter, kann man drauf? Oh nein, ist mir geil, wir müssen hier lang, glaub ich. Fuck. Oh, ich weh nicht, man. Ah, behind ya! Oh, nicht! Ach, ich dachte schon, wir... Oh, Stücke? Ähm... Hier kann man, glaub ich, reinfallen. Ich seh ja nix. Ich seh nur schwarz. Nein, ich seh auch nur schwarz. Schwarz, schwarz. Ja. Okay, wo bist du? Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Minecraft-Kette, geil. Was? Ja. Oh mein Gott! Oh fuck, scheiße, lauf! Ach du kacke, Mann, was ist hier los? Sprint, 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 Sprint! Fuck, fuck, fuck! Fuck, wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Alter, warte, warte, die... Ey, die haben uns gar nichts gemacht. Fuck off, ey. Fuck off. Ey, das war jetzt aber widerlich. Das war, das war doof. Das mag ich nicht. Das kannst du bitte nicht noch mal machen. Alter. Ich... Hier rechts, hier rechts. Du kannst in der Nase kratzen. Die Löcher, bei dir auch einfach nur schwarz. Ja, ja, die ist einfach schwarz. Oh man. Oh man. Oh man. Ich trau mich nicht durchgehend zu laufen, ey. Ich muss mal wieder stehen bleiben. Ich trau mich nicht durchgehend. Ich trau mich nicht durchgehend. Oh fuck. Alter, warte mal. Ich kann die gar nicht. Soll ich sie hoch, mal hoch schießen? Schießen mal hoch. Kannst du dich sagen? Eine Spinne! Da ist eine Spinne. Ey, zum Glück hast du hoch geschossen. Schieß noch mal hoch. Schieß weg. Okay. Ich... Soll ich zuerst? Willst du zuerst? Jodo. Der letzte ist immer der... Warte kurz! Fuck! Alter, ich hab grad meinen... Alter, hab ich mich grad erschreckt. Ich hab... Weiß nicht, ich hab das Mikrofon weg geboxt, weil... Ich hab mich grad gekranzt und du gehst hoch und... Fuck! Fuck! Okay. Wie sieht's aus da oben? Hier ist ein Ausgang. Hier ist... Ich trau dem nicht. Please. Mein Neb... Das war's. Das war... Wir haben's geschafft. Lächerlich! Er wurde... Splendid! Oh, Alter. Aus dem Spider-Models. Das war... Das war gut! Da kann ich nichts sagen. Das war wirklich gut. Das war echt edel. Wirklich. Das war... Also die Spider sah echt gut aus. Wir haben sie zwar nur kurz... Aber ja... Also die Bilder fand ich echt... Sehr unangenehm, muss ich sagen. Die waren... Stark verstörend. Und ich glaub, da habt ihr genug Material für viele Thumbnails bekommen. Ja, ja. Und ich muss... Ich muss sagen... Also die hatte tatsächlich mehr Tiefgang... Als die letzte Map. Die letzte war nur Jump-Scares. Aber das war auch ganz cool. Die war echt creepy. Komm, ich jump mal runter. Kommst du mit? Ja, ich auch. Ja, ich mach erst das Licht runter und dann... Wuhuuu! Oh, fuck! Hm. Okay, wow. Echt enorm. Komm, ich spring mal das Loch hier hinten rein. Mal gucken. Gab's da mal ein Feld rein? Das ist... Nee, das geht gar nicht. Lächerlich. Ja, okay. Dann... Okay. Dann lass ich dir mal die Ehre, das Video zu beenden. Achso, ja. Vielen Dank, dass du dabei warst, Corrupted. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüsschen! Waaay!